Wer weiß, wie viele Botschaften du für deine Mitmenschen hast. Das muss jetzt nicht dich dazu bringen, dass du denkst, ich bin was Besonderes, ich habe Botschaften für Menschen, ich gehe jetzt durch die Gegend und verteile Botschaften. Darum geht es nicht. Versuch dich immer darin zu üben, wirklich bescheiden zu sein. Es geht nicht um dein kleines Ich. Es geht darum, dass du ein Instrument für Gottes Liebe bist. So kitschig es klingt, dem ist so. Was willst du machen? Hallo, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast. Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Ich freue mich, wie immer, dass du mir heute deine Zeit schenkst, damit wir gemeinsam in die Tiefe gehen können mit unserem guten Freund Ein Kurs im Wundern. Ich hoffe, dass dir gut geht. Ganz kurz noch zu Ein Kurs im Wundern. Ein Kurs im Wundern ist ein Training für unseren Geist. So, dass wir das derzeit dominante Denksystem, welches auf dem Ego beruht und das Ego beruht auf der Idee, dass wir nur ein Körper sind mit den fünf Sinnen des Körpers und nur damit Sinn aus dem hier machen, was wir Leben nennen. Und ein Kurs im Wundern sagt, nee, das ist nur eine Illusion. Dein Ego ist nicht du. Das ist nur, was das Ego dir einredet. Und wenn du mitmachst, lässt du es dir einreden. Also es ist deine Verantwortung. Es gibt eine andere Art, auf dieses Leben zu blicken. Nämlich, dass du nicht das Ego bist, dass du nicht nur dein Körper bist, sondern ein ewig währender Geist. Das ist ein unendliches Bewusstsein, das diese menschliche Erfahrung macht. Und ein Kurs im Wundern zeigt uns, wie das Ego tickt und zeigt uns, mit welchen Methoden wir unsere höhere Natur, unser wahres Selbst erreichen können. Und zwar ist das jetzt nicht irgendetwas, was du im Außen erreichst, sondern es ist eine innere Reise. Es ist eine Bewusstseinsverschiebung von dieser angstbesetzten Bewusstseinsstufe zurück zu einer liebevollen Art, die Welt zu sehen. Und das ist unsere wahre Natur. Unsere wahre Natur ist liebevoll und wir sind alle dort im Geist, wo unsere wahre Natur ist, miteinander verbunden. Es herrscht in Wahrheit gar keine Trennung. Nur das Ego erzählt uns, dass wir voneinander getrennt sind. Und das ist auch das, was uns in Angst und Schrecken versetzt. Weil wenn wir denken, wir sind nur ein Körper, wenn wir denken, wir sind alle voneinander getrennt, wenn wir denken, es gibt nicht genug, wo sind wir sicher? Es ist ja egal. Dann haben wir mehr und dann haben wir Angst, dass uns das ein anderer wegnimmt. Das Ego-Denksystem ist ein Angst-Denksystem. Es ist egal, wie viel du dir im Außen dazugibst. Es wird trotzdem immer dich in Angst und Schrecken versetzen. Von daher, du brauchst eine andere Ebene, um diese Ego-Ebene auszuhebeln, liebevoll auszuhebeln. Das hat nichts mit Aggression zu tun. Aber dennoch müssen wir dieses Ego-Denksystem ablegen. Und damit, dass wir es ablegen, machen wir Platz für unsere wahre Natur. Und wenn wir aus diesem Bewusstsein, dieser ewigen Liebe, diese menschliche Erfahrung leben, dann kann uns eigentlich fast, ich streiche mal das eigentlich, dann kann uns nichts mehr, nichts mehr aus dem Frieden bringen. Weil dann herrscht innerer Frieden in dir vor und dann ist egal, was im Außen ist. Auch wenn du Chaos siehst, bist du der Frieden, der in der Situation fehlt, damit sich die Wogen wieder glätten können. Natürlich ist ein Kurs in Wundern und die Prinzipien, die wir dort lernen, mit Arbeit verbunden. Auch arbeiten wir für das Ego. Das Ego lässt dich ganz schön hart für sein Denksystem arbeiten. Und das Ergebnis wird immer ein Chaos sein, irgendein Crash sein. Und das Ego-Methoden, um dir Glück und Frieden und all diese Götzen im Außen zu garantieren, sind nicht nachhaltig. Das Ego funktioniert immer bis zum nächsten Crash. Und dann redet es dir ein, dass es dafür eine Lösung hat. Aber es vergisst dabei, dir zu sagen, dass es für den ersten Crash, ja, und für alle Crashs davor auch zuständig war. Nur deine wahre Natur kann dich vor solchen Situationen bewahren. Aber das ist auch Arbeit. Weil dieses Ego-Denksystem abzulegen, heißt ja, dass du gegen diese Intelligenz, die das Ego nutzt, nämlich deine eigene, gewappnet sein musst. Du musst ja mega wachsam sein. Und das kann manchmal auch für uns sich anstrengend anfühlen. Aber glaub mir, dem Ego zu folgen ist so viel mehr anstrengend, als dass du deine Wachsamkeit für deine wahre Natur einsetzt. Das kurz zu ein Kuss im Wundern. Und heute in dieser Folge möchte ich gern mit dir im Übungsbuch, in den zweiten Teil, dort gibt es einen Abschnitt, der heißt Was ist Christi Wiederkunft? Und ich finde dieses Wort Christi Wiederkunft ist so ein bisschen abstrakt. Und vielleicht nehmen wir es auch zu wortwörtlich. Und deswegen kann es auch sein, dass wir so ein bisschen Berührungsängste mit diesem Thema Christi Wiederkunft haben. Vielleicht hilft uns die heutige Folge, diese Berührungsängste abzulegen. Und gleichzeitig möchte ich eigentlich das Thema anschauen, wie wir alle irgendwie immer Botschaften füreinander bereithalten. Alle Begegnungen sind irgendwie eine Botschaft. Entweder im übertragenen Sinne, sodass wir aus der Situation und aus der Interaktion wissen müssen, okay, was lerne ich hier eigentlich? Was will mir das Universum damit sagen? Was erzählt mir mein Leben gerade? Oder es ist wirklich das gesprochene Wort, das so ein bisschen so ist, als wenn Gott gerade zu dir spricht, als wenn dein Gebet, dass du eine Antwort auf irgendetwas willst, durch eine andere Person zu dir kommt. Sowas kann auch ganz oft passieren. Oder du bist irgendwie der Bote einer Nachricht für jemand anderen. Es sind ja immer höhere Botschaften, wenn wir nicht aus dem Ego heraus funktionieren, sondern wirklich unsere Gebete sprechen, morgens meditieren, unsere Lektionen lesen und wirklich bitten, ein Instrument Gottes zu sein. Ich weiß, das klingt immer sehr kitschig. Gott, lass mich dein Instrument sein. Aber da ist so viel Wahrheit drin. Lass mich ein Instrument der Liebe sein. Lass mich ein Instrument der höheren Ebene sein, heißt es ja einfach nur. Wenn du das nicht willst, weil es dir zu kitschig klingt, dann sei weiterhin ein Instrument des Ego. Viel Spaß dabei. Ich kann dich darin nicht begleiten, weil ich war da schon, war nicht schön, brauche ich nicht mehr. So gut ich es abwenden kann natürlich. Also, diese Idee, dass wir alle Botschaften füreinander tragen, bringt mich zurück zu diesen Gedanken, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und natürlich wirkt es offensichtlich nicht so. Wenn wir nur unsere menschliche Sicht auf die Dinge haben, sind wir ganz augenscheinlich voneinander getrennt. Ich bin in deinem Körper, du bist in deinem Körper, wir sind voneinander getrennte Entitäten. Ich verstehe, dass das auf den ersten Blick offensichtlich mit den Sinnen des Körpers geschaut genauso wirkt. Und deswegen hat das Ego ja auch so eine Macht über uns, weil diese körperliche Wahrnehmung ja so verdammt echt wirkt. Es wirkt ja so verdammt wahr. Das Gute ist, Werke wie ein Kurs in Wundern und natürlich auch andere Fällen machen uns darauf aufmerksam, dass egal wie echt diese Illusion des Menschseins wirkt, es eine tiefere Wahrheit gibt oder eine höhere, je nachdem, was dir besser gefällt. Und du als ein Schüler von deinem Kurs in Wundern weißt, okay, es gibt eine körperliche oder niedrige Ebene der Wahrnehmung und es gibt eine höhere, eine geistige Ebene der Wahrnehmung. Und dort bin ich im Geist mit allen anderen verbunden, mit allen Brüdern, alle Seelen, die ja auch eine menschliche Erfahrung machen. Wir sind in Wahrheit verbunden. Und diese Wahrheit kann man nicht aushebeln, weil sie gilt in der Ewigkeit und ist unveränderbar. Und was kann das Ego gegen die ewige Wirklichkeit ausrichten? Was? Nichts. Es gibt so ein Bildnis in ein Kurs in Wundern, welches uns erklärt, wie das ist, wenn das Ego denkt, es kann das Universum, Gott und unsere wahre Natur aushebeln. Es ist so, als würden wir einen Stock ins Meer werfen, um das Kommen und das Gehen der Gezeiten aufzuhalten. Es ist unmöglich. Es ist auch egal, ob ein anderer Mensch sagt, okay, das mit deinen Kurs in Wundern ist wirklich schräg. Also ich weiß gar nicht, warum du das liest, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich merke doch, dass ich nur Mensch bin. Es gibt keinen Gott, es gibt nichts anderes. Wenn ich sterbe, dann ist Zappenduster und dann ist erstmal nichts. Es gibt nur dieses eine menschliche Leben und das ist alles, was ich kenne und das ist alles, woran ich glaube, weil das ist nachweisbar, ich kann es fühlen, ich kann es sehen, von daher alles, was ich nicht fühlen und sehen kann, kann nicht existieren. Kann ja sein, dass jemand so denkt. Nichtsdestotrotz ist es egal, was wir im Ego treiben, was wir glauben wollen oder nicht. Die ewige Wahrheit ist nicht antastbar von der Ego-Ebene. Der Buddhist Thich Nhat Hanh hat es so ausgedrückt mit unserer Verbundenheit. Und wir sind miteinander und mit allem Leben verbunden. Also es sind nicht nur wir Menschen, scheinbar Menschen, die miteinander verbunden sind, sondern alles, alles ist miteinander verbunden. Du bist mit der Natur verbunden, du bist mit den Tieren verbunden, du bist mit allem verbunden. Es ist halt die Frage, wie blicken wir auf die Dinge? Lassen wir unser Ego, unseren Blick so klein werden, dass wir überhaupt nicht mehr verstehen, worum es wirklich geht? Oder öffnen wir unser Herz und damit auch irgendwie eine andere Sicht auf die Dinge und merken, okay, ganz ehrlich, wenn ich in mich hineinhorche und wenn ich mein Bewusstsein höher ausrichte, spüre ich, dass ich mit allem verbunden bin. Und wenn wir mit allen verbunden sind, da lande ich zumindest, dann gibt es ja keine Zufälle, weil wir alle auch in dieser Verbindung auf einer höheren Ebene irgendwie alle miteinander verabredet sind, wenn wir uns begegnen. Egal wie vermeintlich nebensächlich eine Begegnung ist. Ich glaube, auch die ist fein säuberlich orchestriert, damit wir bestimmte Botschaften erhalten oder wir sie teilen können mit unseren Mitmenschen, damit wir immer wieder daran erinnert sind, was in Wirklichkeit zählt. Nämlich die Liebe, die wir sind, das zählt in Wirklichkeit. Alles andere ist nichts. Nur die Liebe ist wahr. So ist es. Es klingt wirklich klischeehaft und es klingt wirklich kitschig, aber es geht gar nicht um diese sentimentale Liebe, die wir Menschen mit der Liebe, die wir in Wahrheit sind, verwechseln, sondern es geht um die Energie, die alles mit Leben füllt. Das ist Liebe. Das ist das Einzige, was es in Wahrheit gibt. Alles andere ist Illusion. Worum es mir eigentlich geht, jetzt habe ich ganz schön viel ausgeholt, ist, dass ich das Gefühl habe, wenn wir alle miteinander verbunden sind, sind wir auch alle irgendwie mit jeder Begegnung verabredet, um bestimmte Botschaften miteinander zu teilen, weil unsere Aufgabe ist es, wieder diese Einheit anzuerkennen. Und das können wir nur, indem wir immer wieder, wenn wir vor die Wahl gestellt werden, die Liebe wählen anstelle des Ego. Und das können wir meistens in der Interaktion mit anderen Menschen. Diese Interaktionen haben immer die Botschaft an uns. Was wählst du? Hier, Perry, was wählst du, wenn du jemandem begegnest, der dich vor diese Wahl stellt und du warst mit ihm verabredet? Ihr seid im Geist verbunden. Auf einer höheren Ebene wusstet ihr immer, dass ihr euch zu diesem Zeitpunkt begegnen werdet, um wieder euch für die Wahrheit auszurichten oder dem Ego Platz zu machen. Die Botschaften des Universums. Jeder Mensch trägt für dich eine Botschaft, wenn du es willst, wenn du es hören willst. Und du kannst auch für jeden, dem du begegnest, eine Botschaft bereithalten. Was willst du lehren? Für was willst du stehen? Wer willst du sein? Wo willst du dein Bewusstsein halten? Ich komme mal ganz kurz zu diesem Aspekt von Christi Wiederkunft, weil ich durch dieses Sinieren darüber, dass wir alle irgendwie Botschaften voreinander bereithalten, weil wir alle miteinander verbunden sind und auf einer höheren Ebene ja diese eine Aufgabe haben, nämlich unser Einssein wiederzuerkennen. Und deswegen begegnen wir uns, weil wir immer wieder entweder dieses Einssein in uns erinnern oder die Trennung in uns verstärken. Und dann musste ich über etwas nachdenken, was in dem Abschnitt, was ist Christi Wiederkunft für uns erläutert wird. Aber dieses Wort Christi Wiederkunft ist natürlich irgendwie so ein bisschen sperrig, vielleicht für manche von uns schwierig. Und dann denkt man wieder, boah, was steckt da eigentlich hinter Christi Wiederkunft? Klingt erstmal etwas abstrakt. Und im Übungsbuch von Ein Kurs im Wundern können wir das hier darüber lesen. Christi Wiederkunft ist die Berichtigung von Fehlern und die Wiederkehr der geistigen Gesundheit. Sie ist ein Teil des Zustands, der das zurückerstattet, was nie verloren war und wieder einsetzt, was immer und ewig wahr ist. Sie ist die Einladung an das Wort Gottes, an das Wort der Liebe, den Platz der Illusion, also des Ego einzunehmen und die Bereitwilligkeit, die Vergebung ausnahmslos und ohne Vorbehalt auf allen Dingen ruhen zu lassen. Ich glaube, wenn du jetzt immer noch sagst, okay, das war immer noch nicht so richtig klärend für mich, was denn jetzt Christi Wiederkunft ist, bin ich ganz bei dir. Aber es liegt oft daran, dass wir nicht zur Essenz der gewählten Worte durchdringen können, mögen, wollen, weil unser Verstand uns da immer wieder so ein bisschen austrickst und denkt, ich muss jedes Wort, so wie es hier steht und wie ich es definiert habe, verstehen. Aber es tut uns eigentlich gut, das nicht wortwörtlich zu nehmen, sondern zu dieser Essenz durchzudringen. Und meistens schaffen wir das, wenn wir nicht mit dem Verstand draufblicken, sondern irgendwie erschaffen, eine höhere, eine tiefere Intelligenz uns dort führen zu lassen, damit wir so diese Essenz erfassen können von dem, was gesagt ist. Also, wir lernen, dass Christi Wiederkunft auf alle Fälle eine Berichtigung vom Fehlern ist. Und es gibt in dem Sinne, wenn wir diese menschliche Erfahrung haben, einen Kardinalfehler, nämlich, dass wir dem Ego zuhören und denken, dass das Ego wir sind und dass das Ego die Wahrheit erzählt, dass wir ein Körper sind mit fünf Sinnen. Das ist unser Kardinalfehler, diesen lieblosen Gedanken des Ego überhaupt eine Sekunde unserer Aufmerksamkeit zu schenken und damit den Illusionen, die das Ego uns als Wahrheit verkauft, Platz zu machen. Das ist der Fehler. Das ist der Fehler. Da ist keine Sünde bei, da ist keine Schuld bei. Es ist ein menschlicher Fehler, aber Fehler können transformiert werden, umgekehrt werden. Von daher ist es ein Fehler, der berichtigt werden kann, wie es hier heißt. Wir berichtigen diesen Fehler mithilfe der Vergebung. Die Vergebung erkennt an, dass das, wovon du dachtest, was auf dieser menschlichen Ebene passiert ist, niemals passiert ist, weil diese menschliche Ebene nicht wahr ist. Sie ist eine Illusion. Es gibt eine höhere Ebene. Du bist ewiges Bewusstsein, das diese menschliche Erfahrung macht. Das heißt, alles, was hier passiert, berührt deine wahre Natur gar nicht. Das ist, was die Vergebung uns immer wieder aufzeigt. Und da wir das anerkennen können mithilfe der Vergebung, sehen wir, was auf dieser menschlichen Ebene passiert, dezidiert anders. Wir haben einen sanften Blick, einen ruhigen, einen friedlichen Blick auf die Dinge. Dadurch. Und wenn du dieses höhere Bewusstsein in dir immer wieder abrufst, dann bist du in einer höheren und liebevolleren Frequenz und dadurch kannst du Mensch sein ganz anders leben, ganz anders zum Ausdruck bringen. Und nun kommen wir zu Christi Wiederkunft. Wenn das ist, was ausnahmslos auf dieser Welt herrscht, wenn jeder von uns es geschafft hat, vergebend auf diese Welt zu blicken, ausnahmslos, alle von uns, dann haben wir Christi Wiederkunft. Und Christi Wiederkunft ist ein Bewusstseinszustand und nicht, wie manche von uns gelernt haben, der Zeitpunkt, an dem Jesus wieder auf die Erde kommt, um uns alle zu erlösen. Aus meiner Sicht ging es nie um Jesus per se, sondern um den Bewusstseinszustand, den er vertreten hat, als er hier als Jesus war, nämlich diese Christusenergie. Und diese Christusenergie ist in uns allen. Jesus sagt in einem Kurs in Wundern, ich habe nichts, was du nicht auch hast. Wir alle haben diese Christusenergie in uns. Deswegen sind wir auch alle Gottes Sohn. Es war nicht nur Jesus Gottes Sohn. Er hat es immer aus dieser höheren Perspektive für uns alle gemeint. Wir haben es bloß nicht kapiert, weil wir es mit dem Ego interpretiert haben. Jesus sagt in einem Kurs in Wundern, ich habe nichts, was du nicht hast. Ich habe bloß nicht noch das Ego. Wir haben das Ego auf unser wahres Sein gelegt. Es sind Blockaden gegen die Liebe, die wir in Wahrheit sind, die wir mit dem Ego aufgerichtet haben. Und wir dürfen sie wieder ablegen, damit wir, so wie Jesus, nur noch unsere wahre Natur mit dieser Welt teilen. Und dann, wenn wir das alle tun, ausnahmslos, ist es Christi Wiederkunft. Vielleicht ist es jetzt so, dass du denkst, na super Peri, warum reden wir eigentlich über Christi Wiederkunft, während wir eigentlich über die Botschaften des Universums reden wollten? Dann wollten wir doch zusammen. Richtig. Danke, dass du mit mir hier wachsam bist. Und zwar schließt sich jetzt der Kreis. Ich habe am Wochenende so einige Sachen erlebt, wo ich wirklich so ein bisschen in mich hineinschmunzeln musste, wie man solche Situationen auch komplett übersehen kann, obwohl sie so viel Wundervolles in sich tragen. Und wie das Universum irgendwie Botschaften durch uns vermittelt. Und es auch so wirklich irgendwie auch so Freude macht, wenn man merkt, okay, da geht ein Licht in jemandem auf, weil man eine Botschaft mit jemandem teilt. Bei mir war das am Wochenende so. Ich war in irgendeinem Laden und ich habe da was gekauft. Ich habe mit einem Zehner bezahlt. Und irgendwie hatte ich wieder eine lustige Situation. Mir fällt das Geld runter. Mir fällt der Bon runter. Mir fallen die Produkte runter, die ich gekauft hatte. Und dann dachte ich so, okay, Peri, sortier dich mal. Nimm mal einen tiefen Atemzug. Geh kurz zur Seite. Sortier dich. Und dann, als ich die Sachen einpackte und mein Wechselgeld betrachtete, merkte ich so, okay, ich glaube, der Kassierer hat mir einen Euro zu viel zurückgegeben. Ja, dann wirst du denken, meine Fresse, Peri, einen Euro, was soll's? So, nimm den mit, geh nach Hause. Aber irgendetwas hat mich gestoppt. Und ich habe auch Situationen, wo ich auf der Straße einen Euro finde. Da denke ich, ja, okay, was soll ich machen? Kann ich dir jetzt niemandem geben? Also gebe ich das als Trinkgeld das nächste Mal, wenn ich einen Kaffee trinken gehe. Hier wusste ich genau, okay, der junge Mann hinter der Kasse hatte mir einen Euro zu viel gegeben. Und ich stand da nun schon zehn Meter weit weg von der Kasse. Es war auch schon ein bisschen Zeit vergangen, weil ich musste mich ja sortieren. Ich hatte ja alles fallen gelassen. Und hatte wieder so einen interessanten Moment, wo ich das Gefühl hatte, war wie in so einem Slapstick-Film. Okay, wie dem auch sei, ich fing an, mit mir innerlich zu diskutieren. Du kannst jetzt nicht wieder zurück. Der denkt, du hast einen an der Marmel. Du warst doch schon zwei Minuten weg. Wie willst du ihm das erklären? Also mir ging es gar nicht um den Euro. Mein Ego sagte mir, oh ja, ist ja voll peinlich, dass du jetzt zurückgehst. Und dann denkt er, die hat richtig einen an der Marmel. Weil, was kommt die zwei Minuten später wieder? Gleichzeitig wusste ich, dass das die richtige Lösung ist. Ich musste wieder zurückgehen. Mal so bin ich zu ihm zurückgegangen. Und ich glaube halt, in diesen Momenten, wo du weißt, dein Ego würde es dir leicht machen, dass du dich aus dieser Situation einfach entfernst, ohne etwas zu sagen, hätte ich tatsächlich nicht das meiste Licht entpackt. Ich glaube, es gibt auch immer Situationen, wo du das gleichbleibende Licht hast, weil du einfach mit dem Flow des Lebens gehst und gut drauf bist. Aber dann kommt so eine kleine Herausforderung und sie mag so klein wirken, aber nichts ist klein oder groß. Das gibt es nur als Mensch. Auf der anderen Ebene entpackst du Licht oder du entpackst kein Licht. Und da ich wirklich gegen diese Stimme gegangen bin, die gesagt hat, oh nee, Perry, das ist so peinlich, du kannst da nicht zurückgehen, sondern gesagt habe, ist mir völlig egal. Weil ich weiß, was richtig ist in dieser Situation. Und es geht nicht um den Euro, es geht um, wie gehst du mit dieser Situation um. Also bin ich zu ihm zurückgegangen, habe gesagt, ich glaube, du hast mir einen Euro. Und da stand auch, natürlich stand da jemand an der Kasse und hat die ganze Situation beobachtet. Ich glaube, du hast mir einen Euro zu viel rausgegeben. Und dann sagt er so, stimmt das so? Ich so, ja, ich bin mir fast sicher. Und dann guckte er mich so an und er wollte fast diesen Euro nicht zurückhaben. Und dann habe ich gesagt, hier, nimm diesen Euro, bevor du heute Abend ein Euro Minus in dieser Kasse hast. Und ich habe so richtig gemerkt, wie das Licht in ihm angegangen ist. Der hat sich so mega gefreut darüber. Das war so wirklich, ich habe so richtig so einen Shift in seiner Energie bemerkt und wusste genau, okay, das war das Richtige. Das war die Botschaft, die du mit ihm teilen solltest. Ich weiß nicht, was das für ihn noch bedeutet hat. Vielleicht hat er es auch wieder völlig vergessen, eine Minute später. Aber ich wusste, in dem Moment hat sich was geschifftet in ihm. Und ich war so froh, dass ich nicht auf mein Ego gehört hatte. Und dann bin ich rausgegangen. Und dann war ich verabredet zum Abendessen. Und dann sind wir so die Straße runtergegangen. Und meine Begleitung mag asiatische Lebensmittel sehr gerne. Und dann sind wir an so einem asiatischen Supermarkt vorbeigegangen. Da habe ich gesagt, hey, lass uns doch mal kurz rein. Da können wir ja noch mal vorbeigehen. Und dann können wir ja immer noch ins Restaurant. Und da waren wir in diesem asiatischen Laden. Und meine Begleitung hat gar nichts gekauft. Aber ich habe natürlich wieder was gekauft. Und während ich schon wieder so Geld aus meinem Portemonnaie nehme, erzähle ich diese Geschichte, die ja kurz davor mit dem anderen Kassiervorgang passiert war. Nämlich, wo ich diesen Euro zu viel zurückgegeben habe. Und die erzähle ich dann. Und dann sagt meine Begleitung, ach Peri, du bist viel zu korrekt. Und sogar der Ladenbesitzer sagt, ach, du bist viel zu korrekt. Denke ich so. Nee, ich glaube an Karma kam dann so aus mir heraus. Und dann auf einmal sah ich so ein Funkeln in den Augen des Ladenbesitzers. Und dann sagt er so ganz beseelt, ja, ich auch. Da dachte ich schon wieder, okay, vielleicht war das wieder eine Botschaft, die du mit ihm teilen durftest. Hier, der Ladenbesitzer wollte nochmal irgendetwas über Karma wissen. Oder beziehungsweise sich mit mir gemeinsam erinnern, dass es Karma gibt. Dass alle deine Taten, Worte und Gefühle immer irgendeine Konsequenz für dich bereithalten. Und wenn ich was nehme, was nicht mir gehört, dann wird es dem Universum nicht entgehen. Und ich werde eine Balance dafür herstellen müssen. Ob in diesem Leben, ob in zehn Leben, ob in der nächsten Minute. Als ich dann irgendwann wieder zu Hause war, musste ich tatsächlich an diesen Satz aus Ein Kurs in Wundern denken, dass unsere Augen und Ohren, Hände und Füße gebraucht werden, um die Wiederkunft bald geschehen zu lassen. Ich habe natürlich nicht an die Wiederkunft Christi gedacht, sondern nur, dass Gott unsere Hände, Füße, Augen und Ohren benötigt, um die Erlösung passieren zu lassen. Er braucht nicht nur unsere Gebete, sondern dass wir auf menschlicher Ebene auch für ihn aktiv werden, sein Instrument sind. Daran habe ich gedacht. Und dann habe ich natürlich wie immer geschaut, wo steht denn das mit den Händen, Füßen und Augen und Ohren und der Stimme? Das steht in diesem Abschnitt Nummer 9 im Übungsbuch vom Kurs, Was ist Christi Wiederkunft? Und dort lesen wir das hier exakt, bete darum, dass die Wiederkunft bald sein möge, doch lass es nicht darauf beruhen. Sie bedarf deiner Augen und Ohren, Hände und Füße. Sie bedarf deiner Stimme, am meisten aber bedarf sie deiner Bereitwilligkeit. Das Interessante ist, diese Situationen, die mir am Wochenende passiert sind, die klingen jetzt überhaupt nicht spannend oder als hätte ich die Welt damit bewegt, aber ganz viele dieser kleinen, vermeintlich kleinen Momente, weil Liebe ist immer maximal, es gibt keine Graden in der Liebe, es gibt auch keine Gerade in Wundern. Sie sind da oder sie sind es nicht. Von daher, dieses Label, das war klein oder groß, das machen wir als Menschen. Entweder dehnen wir Liebe aus oder wir vervielfachen das Ego. Und ich glaube, dass meine Wahrnehmung ist, dass ich dadurch, dass ich nicht dem Ego zugehört habe, weil ich gesagt habe, das ist peinlich, ich gehe da nicht hin, der denkt ja, ich habe einen an der Marmel, wenn ich ihm jetzt den Euro nach zwei Minuten und nachdem ich schon von der Kasse weggegangen bin, war aber so, wie das Ego halt tickt. Der denkt gar nichts. Das denkt mein Ego. Und damit hätte ich mich um einen Moment gebracht, um 100% Liebe zu teilen mit der Welt, um 100% ein Wunder zu wirken und ganz nebenbei Licht zu entpacken. So entpackst du Licht, indem du in den Momenten, wo du so wirklich merkst, oh dein Ego will dich wegbringen von etwas zu tun, was sich irgendwie außerhalb deiner Komfortzone befindet, aber du weißt, dass es das Richtige ist. Du tust es dann dennoch. Da entpackst du Licht. Wenn alles glatt läuft, wenn dich nichts herausfordert und du immer wieder Liebe wählst, dann bleibt dein Licht gleich. Also dann entpackst du nicht noch mehr Licht, sondern du hast ein schönes Lichtlevel. Aber wenn sowas passiert, wo du merkst, okay, ach mein Ego sagt mir, geh da lieber nicht zurück, weil du könntest dich blamieren, aber du weißt ganz genau, dass etwas nicht dir gehört und du musst es zurückgeben und du tust es dann dennoch, dann entpackst du Licht. Also, die Wiederkunft Christi bedarf deiner Augen und Ohren, Hände und Füße, sie bedarf deiner Stimme, am meisten aber bedarf sie deiner Bereitfälligkeit. Das war's. Weil das für mich bedeutet, dass wir auch alle füreinander hier sind, um Botschaften miteinander zu teilen, die eine höhere Ebene für uns hat. Das sind die Antworten auf unsere Gebete, das sind die Antworten auf, wenn wir dem Heiligen Geist sagen, hey Heiliger Geist, gib mir ein Zeichen, was ist hier zu tun und ich möchte das gern so tun, wie du es mir aufzeigst, aber zeig mir wie, zeig mir wie. Und für manche von uns ist es vielleicht schwer, diese eigene innere leise Stimme zu vernehmen und deshalb kann sich der Heilige Geist ja und zeigt sich auch vor allem in deiner Interaktion mit anderen Menschen und du zeigst auch den Heiligen Geist in der Interaktion mit anderen Menschen. Wer weiß, wie viele Botschaften du für deine Mitmenschen hast. Das muss jetzt nicht dich dazu bringen, dass du denkst, ah, ich bin was Besonderes, ich habe Botschaften für Menschen, ich gehe jetzt durch die Gegend und verteile Botschaften. Darum geht's nicht. Versuch dich immer darin zu üben, wirklich bescheiden zu sein. Es geht nicht um dein kleines Ich. Es geht nicht um dich. Es geht darum, dass du ein Instrument für Gottes Liebe bist. So kitschig es klingt, dem ist so. Was willst du machen? Wir sind in Ewigkeit miteinander verbunden und unsere Begegnungen hier auf dieser Welt sind heilig. Es sind heilige Begegnungen. Wir alle haben immer wieder die Aufgabe, in unserem Gegenüber das Licht zu erkennen, die wahre Natur zu erkennen und das passiert durch die Vergebung. Und ich hoffe wirklich, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wenn uns jemand begegnet, dass es eine heilige Begegnung ist. Und so wie wir mit ihm umgehen, werden wir mit uns selber umgehen. Und ein Kurs in Wundern sagt ja auch zu uns, dass wir uns entweder in dem anderen verlieren oder uns zu unserer Liebe wieder erwecken. Es gibt ja auch eigentlich immer nur diese Auswahl. Verlieren wir uns im Jego oder erwachen wir zu unserer wahren Natur? Das Universum orchestriert sowas ganz fein säuberlich für uns. Und auch dem Universum dürfen wir dafür sehr, sehr dankbar sein, auch wenn wir nicht jede Botschaft mögen. Ich glaube, so lasse ich das hier jetzt mal stehen und bin dir sehr dankbar, dass du mir zuhören mochtest. Ich bin dir natürlich auch dankbar, dass wenn dir dieser Podcast gefällt, dass du bei Apple Podcasts oder auch Spotify vorbeischaust und diesen Podcast hier für mich bewertest, mir dort eine Nachricht hinterlässt oder auch Folgen teilst. Je mehr das passiert, desto eher finden auch andere Menschen diesen Podcast und können so wie du jetzt hoffentlich vom Inhalt profitieren. Ansonsten freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du den Podcast in der Produktion unterstützen magst unter www.happicallove.de. Gibt es in der Navigation den Punkt Support und dort findest du alles darüber heraus, wie du mich in der Produktion unterstützen kannst, wenn du es im Herzen so verspürst. Und die Community, die an 365 Tage Wunder teilnimmt, wird immer größer. Und falls du dich dafür interessierst oder Lust hast, mit uns gemeinsam durch das Übungsbuch von einem Kurs in Wundern zu gehen in diesem Jahr, dann komm auch wieder gerne auf meiner Webseite vorbei unter www.happicallove.de slash 365 minus Tage minus Wunder. Gibt es dazu alle Infos oder schreibt mir dazu auch sehr gerne eine E-Mail unter hallo at happycoollove.de. Ansonsten sprechen wir uns nächste Woche wieder. Pass bitte bis dahin gut auf dich auf. Deine Peri Deine Peri Vielen Dank.